FUMO ist unser Programm im Sys10-Bereich, die wir letztes Jahr neu aufgenommen haben. Es zeichnet sich aus durch seine Gradlinigkeit und sein schlichtes, zeitloses Design. Es ist einfach zu planen und zu erklären und zeichnet sich auch aus durch die dünnen Mineralgusswaschtische. Diese erhalten Sie in den Breiten 60, 80, 1 Meter und 1,20 Meter sowie seit diesem Jahr auch neu ergänzt in 1,40 Meter als Doppelwaschtisch-Lösung. Besonders aussagekräftig ist auch die Waschtisch-Kumme. Sie hat eine ganz besondere Geometrie durch die leicht abflachende Kumme. Der Waschtisch-Unterschrank ist quasi grifflos durch die Griffleiste, die über die komplette Breite der Front geht. Diese gibt es in Schwarz-Matt, Chrom- und Weiß-Matt. Bei dem oberen Schub kann man wählen zwischen der 3D-Front im Plissé-Struktur oder komplett glatt sowie beim unteren Auszug. Hier kann gespielt werden mit Unifarben oder Bikolorität. Passend dazu der Spiegelschrank mit aufgesetzter LED-Leuchte in den entsprechenden Breiten zu den Waschtischen. Außerdem gibt es einen Leuchtspiegel mit Spiegelheizung, der auch optional mit einem Wandpanel bestellt werden kann, mit befestigter Rehling für Platz mit Ablagefläche. Daneben haben wir auch eine Gästelösung bei Fiumo neu aufgenommen seit diesem Jahr mit Mineralgusswaschtisch und dem Waschtisch-Unterschrank mit einer Tür. Hier kann, wie auch bei den Hochschränken, die sich in den Ergänzungsmöbeln befinden, die Tür entweder in Kombination mit der 3D-Struktur gewählt werden oder komplett in glatter Fläche. Auch hier haben wir den Leuchtspiegel in 450er Breite mit der Spiegelheizung. Das Ganze gibt es in kurzer Lieferzeit, heißt eine Woche ab Werk.